Die Bibliothek Der Christ und das Sprachen bzw. Zungenreden Das griechische Wort Glossa kann die Zunge als Organ oder aber eine Fremdsprache bezeichnen. Man vergleiche zum Beispiel auch Französisch, Lang oder Italienisch, Lingua, wo beides auch Zunge und Sprache bedeutet. Selbst im Deutschen kann der Begriff Zunge auch für eine Fremdsprache benutzt werden. Zum Beispiel, wenn wir sagen Menschen fremder Zunge. Das biblische Englossais Lallein bedeutet in Fremdsprachen reden. So wurde der seit Luther gebräuchliche Begriff Zungenrede verstanden. Es geht um die Gabe Gottes in einer anderen Sprache sprechen zu können, ohne diese erlernt zu haben. Der Verständlichkeit halber spricht man heute besser vom Sprachenreden, denn es geht nicht um unkontrollierte Zungenakrobatik. Diese Lehre kam erst in der Neuzeit auf. Ab dem 20. Jahrhundert wurde sie zu einem Schwerpunkt der Pfingstlich-charismatischen Bewegung. Hier geht es nicht um reale Sprachen, sondern um Gebete und Botschaften in Form von unartikulierten Lauten. Ähnliche Phänomene sind vom Spiritismus und Schamanismus bekannt. Laut offizieller Lehre, die nicht von allen Pfingstern geteilt wird, ist das Zungenreden der Erweis für die Taufe mit dem Heiligen Geist. Interessant ist, dass die Bibelschüler rund um Charles Fox Parham, die am Anfang der modernen Pfingstbewegung stehen, nach der Neujahrsnacht 1901, in der sie um die Gabe der Zungenrede gebetet hatten, davon ausgingen, sie würden in Fremdsprachen reden. Ihre Euphorie wurde erst auf dem Missionsfeld gedämpft, als sie nirgends verstanden wurden. Erst danach deuteten sie den Begriff um. Was sagt uns die Schrift? Das Reden in Sprachen wird uns von Jesus verheissen. Markus 16, 17 Sie werden in neuen Sprachen reden. Diese Verheissung erfüllte sich an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Die Jünger wurden von den fremdsprachigen Juden verstanden, die in Jerusalem anwesend waren. Ähnliches wiederholt sich in Apostelgeschichte 10 und 19 unter den Heiden. Aber auch da wird gesagt, Apostelgeschichte 11, 17, es geht um die gleiche Gabe, wie auch uns geschenkt worden ist. Also es geht um das gleiche Phänomen wie an Pfingsten. Ausführlich wird das Thema von Paulus im ersten Korintherbrief in den Kapiteln 12 bis 14 behandelt, wo er über die Vielfalt der Geistesgaben spricht und gleichzeitig vor Missbrauch warnt. Im Kapitel 14 werden das Sprachenreden und die Weissagung exemplarisch ausgewählt, um zu zeigen, dass die Verständlichkeit oberste Priorität hat, weil das Sprachenreden nicht nur der eigenen Erbauung, sondern vor allem der Gemeinde dienen soll. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, lesen wir in den Versen 11 bis 12, Wenn ich nun die Bedeutung der Stimme nicht weiss, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Also auch ihr, die ihr um geistliche Wirkungen eifert, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Ist kein Fremdsprachiger anwesend, ist das Sprachenreden unnütz, weil nur der Redner erbaut wird. Sind Fremdsprachige anwesend, so soll übersetzt werden, Vers 13. Zudem weist Paulus darauf hin, dass die Gabe des Sprachenredens, was die Kirchengeschichte inzwischen bestätigt hat, wieder verschwinden wird. Kapitel 13, Vers 8 sagt er, seien es Sprachen, sie werden abklingen. Das Sprachenreden diente als Zeichen für die Juden, dass ein neues Zeitalter der Weltmission angebrochen ist, in dem Gott in vielen Sprachen zu vielen Völkern spricht. Seither braucht Gott diese Gabe, die er damals ohnehin nur Einzelnen zuteilwerden ließ, nicht mehr. Sie ist für Christen also kein unabdingbares Muss. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!